Aber gut, wie auch immer, ich glaube, das schaffen wir trotzdem. Das müssen wir schaffen, ja. Das war jetzt einfach Pech, irgendwie, bei meinen Moors. Ja, das war Pech. In der Zeit her hat es ja locker gepasst. Ja, mit Leichtigkeit. So, und wir haben ein Vokal, das ist toppen. Und ich fange an. Ach, Mann, ich... Moment. Und... Ach, komm, wir müssen die Bombe nochmal neu starten, glaube ich. Okay. Ey. Was ist passiert? Ich habe, weiß ich nicht, Gehirnquark. Also es wäre wichtig, dass du mir den ersten sagst, weil sonst wird es schwierig. Unter Umständen muss ich es uns raten. Ja, 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 okay. Gut. Aber das Problem ist, dass die nicht beim ersten starten. Die starten mitten drin. Irgendwo, und das ist echt ein bisschen ätzend. Wir haben kein Vokal drin, okay. Gut, dann sowieso wieder neu. Schade, schade. Ich dachte schon fast, wir hätten es... Ja, das eine, das sah gut aus. Das eine blöde Ding, das eine blöde Ding. Ja, es hat irgendein Buchstabe nicht gepasst. Okay, wir haben Vokal. Ja. Komm, gib mir den ersten. Okay, der erste... Ach nee, ich schreibe noch auf. Ach so. Du kannst auch direkt durchgeben, da musst du nicht aufschreiben. Ähm, das kriege ich glaube, glaube ich nicht hin. Ähm, okay. Und der letzte... Okay. Okay, gut. Ähm, wir haben... Der erste Buchstabe ist lang, kurz, kurz, kurz. Mhm, das ist ein B. Dann haben wir einmal lang. Ja. Und dreimal kurz. Ja. So, der erste hier ist auch lang, kurz, kurz, kurz. Ja. Dann haben wir zweimal kurz. Dreimal kurz. Mhm. Einmal lang. Mhm. Und der nächste, ähm, weiß nicht, ob das der erste ist. Okay, lagern. Kurz, lang, kurz. Mhm. Lang. Ja. Und lang, kurz, lang. Okay, ich schau mal. Ja. Auch. Okay. Circa. JA. 하지 nicht. picked Atlantic. Tschüss. Tschüss. SECCIEC. Untertitelung. BR 2018 Beim ersten müsste ich 50-50. Der zweite ist 3-5-5-2. 3-5-5-2. Der dritte ist 3-5-3-2. 3-5-3-2. Passt auch in der letzte? Der erste wäre, versuch's mit 3-5-5-2. Ach, leider nicht. Dann wäre es 3-6-0-0 gewesen. Aber das war echt knapp, also da war echt... Wie viel Zeit hatten wir noch? 5,31. Achso, okay. Also sehr wenig. Okay. Schade. Aber gut, probieren wir es nochmal? Nö, nö, das wir sind ja kurz vor dem Durchbruch hier. Ganz ehrlich, den müssen wir schaffen. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ach, aber in der ersten Runde waren wir extrem schnell. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Okay, wir haben Vokale. Ich leg los. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. 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 Das wäre gelacht, wenn wir das nicht machen. 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 Okay, okay. Wir haben einmal lang. Ja. Ist das der erste? Weiß ich nicht. Kurz, lang, kurz. Mhm. Und dreimal lang. So, der erste ist hier. Kurz, kurz, lang, kurz. Ja. Ähm, lang, kurz, lang. Mhm. Und kurz, lang, kurz, kurz. Mhm. Dann haben wir dreimal lang. Weiß nicht, ob der erste. Viermal lang. Viermal lang, okay. Und kurz lang. Kurz lang, okay. Ich schau mal. Ja. Okay. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Was ist passiert? Na, ich hab mich beim Simons Test verdrückt. Ach, Mist. Das wär so gut gewesen. Der erste war so klar, dass es mir direkt die ersten drei Buchstaben gegeben. Ey, Mann. Ist es nicht einfacher für dich, wenn du mir direkt, ohne aufzuschreiben, einfach ansagst, was du siehst? Ich weiß es nicht, weil ich sehe auch manchmal Sachen, die nicht stimmen. Ich weiß es nicht. Ja, aber das schreibst du sowieso auch auf. Ich denke, das spielt keine Rolle. Wenn du einfach wartest, bis der erste kommt, bis der erste Buchstabe kommt, und dann sagst du es mir direkt an. Okay. Gut. Probier mal es so. Probier mal es so. Oh Mann, ey, ich muss echt meine Gedanken machen. Ach, das kann passieren. Oh, ja. Okay. Los geht es. Scheiße. Okay, wir haben einen Vokal. Kurz, lang, kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz, kurz. Du musst mir sagen, wann der Buchstabe zu Ende ist, sonst. Ach, okay. Gut. Ähm. Gut. Wir haben ja ein bisschen Zeit, haben wir vielleicht. Okay, gut. Kurz, lang, kurz, kurz, stopp. Mhm. Kurz, 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 stopp. Kurz, 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 kurz. Viermal kurz ist eins. So, der nächste. Mhm. Kurz, lang, kurz, kurz, stopp. Kurz, 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 stopp. Kurz, 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 kurz. Viermal kurz ist auch der erste. Beides die gleichen Wörter. Dann haben wir hier... Kurz, lang, kurz, kurz, stopp. Kurz, 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 stopp. Kurz, 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 viermal kurz. Das sind alles, alle drei die gleichen. Das gibt's nicht. Mach deinen Simon und ich, schau was das ist. Kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Was ist denn das? Okay, ich bin los. Sind alle drei drei fünf null fünf. Drei fünf null fünf. Alle drei. Ne. Was? Ne, wisst du... Das kann doch gar nicht sein. Ist hochgegangen. Drei fünf null fünf, ja. Ja, muss Shell sein. Also den ersten... Der erste war viermal kurz, bei allen. Ach, der erste war viermal kurz. Ja. Nein. Du hast aber nicht mit dem angefangen, mit dem viermal kurz. Ne, ne, weil er nicht mit den vier... Also soll ich warten, bis der erste kommt, ja? Ach so, ich dachte, du warst, bis der erste kommt, aber... Ach so. Beim ersten hatte ich's noch angesagt, glaube ich, kurz, dass der erste der erste... Dass der viermal kurz der erste ist. Ach so. Dann wär's drei fünf eins fünf gewesen, war Mist. Ne, also... Ja, da am... Sagen wir den ersten... Warte am besten, bis du beim ersten bist. Ich glaub, das ist besser. Okay. Ich glaub, die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir. Gut, dann machen wir's nochmal. Gibt's doch nicht. Lange Wert wird langsam gut. Wir haben einen Vokal. Super. Okay. Kurz, kurz, kurz. Ja. Lang. Mhm. Kurz, kurz. Ach, Mist, ich hab nicht gesagt Stopp oder so. Ach, Mann. Ich hasse diese Morse-Dinger, die bringen mich um. Okay, wir nochmal. Okay. Kurz, 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 Stopp. Kurz, Stopp. Kurz. Hä, zweimal... Zweimal kurz, zweimal. Ja, ist okay. Okay. Dann, ähm, haben wir den nächsten. Ja. Okay. Lang, kurz, 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 Stopp. Kurz, lang, kurz, Stopp. Kurz, Stopp. Okay. Und dann, letzte. Ja. Okay. Kurz, 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 Stopp. Lang, kurz, lang, kurz, Stopp. Lang, kurz, lang, kurz, Stopp. Mhm. Okay. Gut. Passt. Okay, kurz, 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 notpred. Hmm. Hmm. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020